Unsere Zusammenarbeit mit der Firma Lignum Consulting hat 2012 bereits begonnen. 2012 haben wir bei uns eine Meilenstein-Investition gehabt, wenn man so möchte. Wir haben hier bei uns groß investiert, sind auch in dieser Zeit sehr stark gewachsen. Wir haben unser Produktionsvolumen damals geplant von 5 auf ca. 10.000 m³ zu erweitern. Die Firma Lignum Consulting hat uns damals bei der Investitionsplanung schon unterstützt. Also bei der Unterstützung auch, wie die Prozesse in der Produktion dann auch ablaufen können. Bei der ganzen Layoutplanung auch noch mit unterstützt. Wir haben damals die Zusammenarbeit wirklich sehr geschätzt. Das war immer ein guter Austausch untereinander, ein guter Austausch miteinander. Ihnen war auch wichtig, die Leute mit einzubeziehen, dass hier auch die Leute von Anfang an mitgenommen werden. Und ja, hier auch dieser Austausch auf Augehöhe dann irgendwo vorhanden ist. Wir waren dann auch immer weiter in Kontakt mit, ja einfach ein kleinerer Austausch. Wir haben jetzt dieses Jahr auch mal wieder ein, wie soll ich sagen, ein größeres Projekt gestartet, wo wir mit der Firma Lignum zusammenarbeiten wollen, was gerade das ganze Thema der Schlankenfertigung oder Lien-Production mit angeht, wollen wir uns hier auch weiterentwickeln. Das wollen wir zusammen auch mit Lignum weiterentwickeln, weil wir wissen, sie kommen aus der Holzbaubranche. Und ja, wie gesagt, dieses Wissen auch vorhanden ist, dass man hier, wie gesagt, diesen Übertrag auch schafft auf uns, auf den Betrieb. Und wir damals, wie gesagt, schon festgestellt haben, sie schaffen es, die Leute mitzunehmen. Es ist kein Überstülpen von irgendwelchen Methoden und Werkzeugen, sondern wirklich eine Zusammenarbeit. Und die Leute das auch wirklich schätzen, unsere Mitarbeiter schätzen. Und so die Akzeptanz bei den Mitarbeitern auch da ist, was, denke ich, bei so einem Projekt auch sehr wichtig ist, dass es kein Überstülpen der Geschäftsführung ist, sondern ein Miteinanderarbeiten. Und das bringen die Kollegen von NIGMO wirklich sehr gut hervor.